Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem kleinen neuen Infovideo. Wobei heute nicht so richtig Infovideo, nur so zum Teil. Ich wollte die Gelegenheit einmal nutzen, um mich bei euch zu bedanken für den unfassbar Megasupport, den ihr die letzten Monate geleistet habt und überall meine Videos teilt und verbreitet und allen davon erzählt. Einfach nur mega. Vielen, vielen Dank. Ich möchte euch einmal die Möglichkeit geben, hier in den Kommentaren eine kleine Diskussionsrunde zu starten. Was wir hier so auf dem Kanal demnächst alles machen möchten und was ihr euch so von Verbesserungsvorschlägen vorstellt oder welche Verbesserungsideen ihr habt. Ich habe natürlich viel vom Programm geplant. Die meisten Videos laufen ja schon ein oder zwei Monate im Voraus produziert, dann nach zwei Monaten hier auf dem Kanal und so läuft es auch jetzt. Das heißt, wir sind in der Vorproduktion Minimum bei zwei Monaten momentan. Allerdings sind es nur meine Ideen und Gedanken. Und grundsätzlich geht es ja nicht unbedingt nur darum, was ich so toll finde, sondern auch was ihr euch vorstellt. Denn letztendlich bringt der Kanal ohne Community überhaupt nichts. Und von daher möchte ich euch einmal die Gelegenheit geben, in den Kommentaren hier einfach unter dem Video alle Verbesserungsvorschläge, Ideen und Gedanken mal zu platzieren. Denn es ist natürlich immer nicht einfach, den Geschmack von jedem zu treffen. Ich versuche natürlich immer wieder, meine Qualität zu verbessern und bin da auch permanent mit dabei. Allerdings kostet das Ganze natürlich auch immer ein bisschen Geld, wie zum Beispiel das Thema Telefonanlage. Bezüglich der Telefonanlage bin ich natürlich in Planung, dass wir das Ganze auch mal upgraden irgendwann. Aktuell benutze ich da ein etwas älteres Festnetztelefon, was wie so ein Smartphone ist, allerdings schon nur als Festnetztelefon mit Aufzeichnungsfunktionen. Das Ganze ist natürlich irgendwann nicht mehr zeitgemäß und das Ganze soll auch abgegradet werden. Und das passiert auch. Natürlich hat sich hier schon bereits viel verändert. Seit einer Zeit gibt es jetzt hier auch Werbung auf dem Kanal. Ich kann natürlich verstehen, dass die Werbung nicht jedem gefällt. Bin ich voll und ganz bei euch, denn wen nervt Werbung nicht? Im Fernsehen, wie in der Zeitung, gut in der Zeitung kann man es einfach überblättern. Aber auf YouTube ist Werbung nun mal der Kostenpunkt oder der Punkt, womit man eben seinen Kanal finanzieren kann, um den Kanal auch auszubauen. Und das Geld nutze ich natürlich auch und stecke es direkt eins zu eins wieder in die Produktion von neuen Videos. Die Technik ist nicht ganz günstig. Und VPN, Telefonnummern, alles was man dazu braucht, kostet eben Geld. Und aus diesem Grund habe ich mich auch dazu entschieden, diesen Kanal hier zu monetarisieren. Naja, um letztendlich die Kosten damit auch zu decken. Reich wird man damit nicht. Natürlich wird es irgendwann mehr mit steigender Zuschauerzahl und steigender Abonnentenzahl. Umso mehr Klicks, umso mehr Geld verdient man auch bei YouTube. Das ist vollkommen logisch. Letztendlich hätten wir dann aber vielleicht die Möglichkeit, dass ich immer mehr Zeit in den Kanal stecken kann. Natürlich nicht zwingend in noch mehr Videos, denn momentan sind wir schon echt am maximalen Level angekommen, was man sich so von Videos eigentlich vorstellen kann auf einem YouTube-Kanal. Weil die wenigsten YouTube-Kanäle haben jeden Tag Videos. Und das ist auch so der Hauptpunkt, warum ich das Video jetzt hier mal mache. Grundsätzlich ist Quantität toll, aber Qualität ist besser. Ich habe jetzt natürlich noch keine konkreten Pläne, die ich direkt jetzt hier nennen werde oder sofort in die Tat umsetze. Aber grundsätzlich ist natürlich das oberste Ziel von dem Kanal, möglichst viele Menschen zu erreichen, Betrug zu stoppen und natürlich auch die Qualität zu verbessern. Ganz klar, keiner möchte auf dem Standpunkt bleiben, wo er gerade ist. Jeder möchte sich irgendwann mal ein bisschen steigern. Und grundsätzlich, ihr unterstützt mich permanent dabei. Mittlerweile haben wir ja auch Social-Media-Kanäle wie Instagram, Twitter und Facebook. Und auch eine eigene Domain, callcenterabzocke.de und callcenter-abzocke.de. Je nachdem, wie man es gerne benutzen möchte. Und die Community wächst und wächst. Die Kommentare sind auch wunderbar. Jede Menge Kommentare, manchmal sogar so viele, dass ich es gar nicht schaffe, sie am gleichen Tag noch zu beantworten. Hin und wieder kommt es jetzt schon mal vor, dass ich zwei Tage dazu Zeit brauche und in Verzug komme. Das ist schon eine gewaltige Menge und dafür möchte ich euch auf jeden Fall danken. Also, das ist auf jeden Fall kein Klagen, sondern ich bin einfach baff. So viele Kommentare von euch, so viel zu beantworten. Und ich versuche trotzdem immer weiter, alle Kommentare zu beantworten. Nur nochmal als kleinen Hinweis. Ich habe es euch irgendwann schon mal in die Kommentare und auch in das Community-Tab reingeschrieben. Es ist nicht immer möglich, dann wirklich Kommentarverkettungen bis zum Ende durch zu beantworten. Das heißt, Kommentarverkettung, ihr habt das Hauptkommentar und dann antworte ich. Das ist ja dann so versetzt. Und jedes weitere Kommentar, was da drunter kommt, ist immer schwieriger, das dann noch zu finden. Da ich leider nur für das Hauptkommentar im Admin-Tool von YouTube eine Information bekomme. Aber jedes weitere Nebenkommentar dazu findet man dann nur noch unter der Glocke. Und ihr könnt euch vorstellen, dass so viele Leute wie schreiben, so viele neue Nachrichten habe ich natürlich auch. Und von daher tut es mir wirklich sehr, sehr leid, wenn ich nicht immer alle Fragen beantworte und nicht auf alles eingehe. Ich versuche es aber auf jeden Fall immer und scrolle natürlich im Nachgang immer nochmal durch. Ich habe alle Kommentare von allen Videos auf einer Seite bei YouTube untereinander weg. Natürlich super sortiert, daran liegt es nicht. Das Problem ist halt, ich kann natürlich nicht wochenlang zurückscrollen, um nochmal ein altes Kommentar zu beantworten. Das heißt, wenn ihr heute einen Hauptkommentar geschrieben habt, morgen antworte ich euch, übermorgen antwortet ihr wieder, dann wird es schon irgendwann schwierig, weil da drüber ganz viele neue Kommentare stehen. Ich hoffe, dass man das damit ein bisschen besser nachvollziehen kann und ihr dadurch auch einfach Bescheid wisst, woran ihr seid. Ich mache das natürlich nicht mit Absicht, wenn ich irgendjemanden nicht direkt antworten kann. Grundsätzlich zum Thema Qualität. Ich versuche mich auch in den Gesprächen mit unseren tollen Kakerlaken hier immer sehr, sehr zurückzuhalten. Das gelingt mir leider nicht immer. Von daher rutscht dann schon mal das ein oder andere Wort raus. Das ein oder andere Mal muss ich es schneiden oder auch rauspiepsen. Das versuche ich natürlich auf jeden Fall in Zukunft immer weiter zu verbessern. Man passt sich ja an. Letztendlich hat es nichts damit zu tun, dass ich nicht einfach mal alles rauslassen möchte, sondern dass wir halt auf YouTube eben Regeln haben. Regeln, an die ich mich auch halten muss. Und grundsätzlich gibt es auch gesellschaftliche Regeln. Auch wenn es manchmal Spaß macht und es auch gut oder toll und lustig anzuhören ist, wenn man die Kakerlaken so ein bisschen aufs Korn nimmt, das geht alles noch. Allerdings, wenn es dann unter die Gürtellinie geht, das möchte ich in Zukunft immer ein bisschen mehr vermeiden und mich da auch immer weiter bessern. Wenn ihr noch tolle neue Ideen habt zur Kanalverbesserung, wie gesagt, schreibt mir alles unten in die Kommentare. Ich werde mir alles durchlesen und werde natürlich schauen, was ich davon umsetzen kann. Natürlich geht nicht immer alles umzusetzen, das ist ganz klar. Ihr habt allerdings sicherlich schon mitbekommen, dass ich immer, wenn ihr irgendwas in die Kommentare geschrieben habt und dass es mir möglich war, gerade in dem Moment, wo ich es gelesen habe, mir das dann auch aufzuschreiben. Das geht natürlich auch nicht immer. Vollkommen klar. Schon alleine aufgrund der Masse der Wünsche, die so über sämtliche Videos reinkommen, also dass das nicht immer umsetzbar ist. Ich denke, das leuchtet jedem ein. Ich gebe aber mein Bestes, dass ich jeden von euch irgendwie ein bisschen befriedigen kann mit den Videos. Lustig sein soll das Ganze ja natürlich auch. Allerdings darf eins nicht zu kurz kommen. Der Erklärfaktor. Mir ist tatsächlich wichtig, dass alle Menschen darüber informiert werden, was es für Betrugsmaschen gibt. Und das funktioniert halt auch nur, wenn die Videos zum Teil unterhaltsam, aber auch nicht unter der Gürtellinie sind und der Informationscharakter nicht verloren geht. Von daher versuche ich mich hier qualitativ natürlich immer ein Stückchen weiter zu verbessern. Telefonisch habe ich ja, wie gesagt, auch schon was in Sicht. Allerdings kostet halt alles Geld. Und von daher, ich mache das Ganze ja privat. Auch wenn ich den Kanal monetarisiere, muss ich trotzdem ein paar Monate sparen, um mir die Telefontechnik finanzieren zu können, die das dann letztendlich auch kosten würde. Nichts ist geschenkt auf dieser Welt und grundsätzlich soll der Content hier natürlich auch weiter so bleiben, wie er ist. Nur sich natürlich noch ein kleines bisschen verbessern. Und dazu brauche ich wieder euch. Grundsätzlich sind viele Ideen da. Ich werde auch vieles noch umsetzen. Aber ich möchte ja auch nicht in die falsche Richtung abdriften und völlig am Thema vorbeigehen. Und von daher ist es schon ganz hilfreich, wenn wir hier einfach mal eine Diskussionsrunde starten, was ihr euch so von dem Kanal hier vorstellt. Das Einzige, was ich weniger umsetzen werde, ist aggressiver zu werden am Telefon. Ich weiß, dass es vielen gefällt und ich weiß, dass es auch sehr amüsant sein kann. Das versuche ich allerdings schon ein Stück weit eher anders zu lösen, indem ich die Betrüger einfach überfordere oder zur Rede stelle und klipp und klar sage, was ich von denen denke. Letztendlich habt ihr ja immer noch gelustigere Reaktionen von den Betrügern. Denn meistens benehmen die sich ja eher daneben. Und dann muss man das ja nicht von unserer Seite aus auch noch machen. Das sollte es erstmal gewesen sein von unserem kleinen Infovideo heute. Ich hoffe, euch hat das trotzdem mal gefallen, so ein kleiner Real Talk. Es wird das nächste Mal natürlich wieder ein ganz normales Infovideo geben. Aber ich dachte mir, es schadet nicht, wenn ich euch einfach mal auf die Reise des Kanals mal mitnehme und wir uns auch mal über unseren eigenen Kanal informieren. Und darüber ein Infovideo machen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.